WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung. BR 2018 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 Applaus Applaus Noah, wir rechnen ja damit, dass das Euro noch nächstes Jahr überleben wird. Aber kann nur sein, oder? Zwei, oder? Okay, denn nächstes Jahr auch brennt sein Herzlichen Glück. Dankeschön. Applaus Und nach dem Motorsport, Freunde, als Gründer möchten wir uns nicht sehen, sondern sicherlich als Freunde des Motorsports, dass sich wir selber verhören. Natürlich freuen wir uns ganz besonders, dass hier diesmal ein Opel aufsteht. Ich kann mich erinnern, im letzten Jahr war es etwas anders. Ich kann mich nicht mehr ganz genau hierher freuen. Ich gratuliere herzlich den Gesamtsiegern. Ich glaube, es war alles auf Wässer Schneide. Die Veranstaltung hat jedoch einige Unterschiede.